habe ich hier noch irgendwas da oben ist auch noch queen's house kann ich ja also ich kann hinfliegen sehr praktisch hier muss ich dann einfach kircherhaft ach das sind dann alle nicht bei ihm noch mal vorbei guck einfach nur weil es auf der karte halt schon drauf ist was gibt es bei dir so zu finden das war das wo ich jetzt her kam ich bei dir einfach in die bude rein wenn ich ein auto kurz schließen ich wüsste nicht wie das gehen soll vielleicht ein kleiner junge das ja ich will da mal irgendwas tun bremschläuche durchziehen oder so ok immer noch einfach mal gucken ob wir einfach reingehen können keiner da lässt uns keiner rein aber im garten irgendwas tun vielleicht kann man hier auch noch irgendwas finden was wir vielleicht bräuchten weil jetzt keiner da ist ich würde mir einfach mal aufliegen krill ja jetzt vielleicht einfach liegen lassen ja die raben freuen sich aber hier ist halt auch nichts was ich brauchen könnte suchen kollege suchen wo hat er sich versteht man war f konnte ich mich aber nicht hier auf der straße wahrscheinlich ist das bürgermeister sind aber hier war mal vorbei also mit dem f drücken funktioniert nicht mehr ist er einmal nach hause gegangen sagt er ist in der stadt irgendwo hat der bogen bogen ich habe einen hinweis glaube ich gefunden weiß jemand schon mal mit bogen welches eher der bogen mensch ist das nicht auf anscheinend nicht wenn wir kein glas sind ja mal eine kollision davor gesetzt oder ist da ein glas drin haben wir sehr ach das ist glas reflektion ok dann wird nur sehr sehr durchsichtig alles sehr saubere fenster man kann tatsächlich durchgucken einfach mal dropkick aufmachen kann ich hier rein es ist der schluss für das haus ok ich brauche meinen schlüssel für das haus das nächste haus da ist noch ein rabe und hier das haus ok ist keiner da wir können auch erstmal nicht einbrechen ja 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 aber haus wir umsonst gelaufen dieses jetzt alle droht kann ich nicht dahin einfach schnell reise nicht möglich schnell reise wo ihr nicht möglich hier ist keine reise möglichen wenn ich jetzt weiter weg jetzt geht die schule tankstelle und so vielleicht gehen wir da mal hin ist das die richtige richtung die taste kugel drückt anstatt wie ich weiß okay weil weißt du die schule schicken ich kann es ja nie glauben good morning detective how can i help you hello mrs green as you can see i have this small guy here who's eager to continuous studies i know he's used to be in homeschool but unfortunately that's not really an option anymore i'm sure we can fit him in it's not like the town's filled with kids we'll be just fine won't we lucius i'll die there Das ist schon so schön Das ist schon so schön Ja, das ist so. Ja. 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 Dafür da haben wir das Gespensterkostüm. Ja. 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 Die Jungs hat so alles egal. Eigentlich werde ich eh alle töten, weil die Leute eigentlich... Aber der hat auch diese komischen Äpfel. Warum sind die so weiß? Warum sind die Äpfel so weiß-schwarz? Die Textur nicht ausgewählt oder wie? Drücke Kuh, was haben wir hier? Sie ist Lehrerin in der Schule, ist mit Doktor Verheiratung und sie wird später nützlich sein. Okay, wir gehen dann wahrscheinlich mal einen Rundgang und gucken uns das Wichtige an. Da ist doch eine Teufelsfigur. Da ist eine Teufelsfigur. Vielleicht habe ich hier noch irgendwelche Sachen, die ich mitnehmen kann, aber sieht mir nicht so aus, als hätte die Kudo irgendwas... Hier unten hin hat er das Wasser-Turm. Kann ich hier? Ja, hier rein! Die rote Kaste. Oh, und was wichtig ist? Okay, es ist erstmal noch nicht wichtig, aber es könnte irgendwas sein, was wir vielleicht brauchen können in Zukunft. Eigentlich haben wir ja irgendwas hier noch rumliegen, so Fackelköpfe oder irgendwas. Na, erstmal anscheinend weniger. Kann ich hier irgendwo rein? Da ist ein dann. Den kann ich hier noch nicht rein. Hier kann ich rein. Da habe ich hier was zu mitnehmen. Sieht nicht so aus, aber ich kann hier hoch. Okay, der hat erstmal nicht funktioniert. Ich glaube, das brauche ich erstmal nicht. Wir werden wahrscheinlich später noch irgendwas tun. Gehen wir mal weiter. Vielleicht findet man hier nochmal. Na, dann kreuzern. Haben wir hier irgendwo eine Sichtweite? Ja, weniger. Was haben wir denn da? Immer das Rathaus, Laden, Polizeiwache, Haus voll Richter. Gehen wir hier immer mal hin. Müssen wir das eigentlich, oder ist er einfach nach Hause? Okay, ob er in der Stadt nach ihm suchen. Okay. Machen wir das. Machen wir das. Loll, wo kam das Grünzeug auf einmal her? Das war eben seltsam. Der Herr, der Herr von der Herr von der Frau ist. Da war er. Der Herr könnte. Ach, Charles ist das. Es heißt, er wird in der Frau in der Frau. Das ist 30 Meter entfernt. Und ich hoffe, dass wir ihn nicht vergessen haben. Okay. Okay. Ich hab den Bo, glaub ich, schon gefunden. Okay, die Stadthalle ist ein guter Ort um einen Leiter, genau. Ah ja doch, eine Leiter, keine Leiter, eine Leiter zu finden. Na, gehen wir mal in die Mitte. Na, ganzes Gerichtsgebäude. Hier irgendwelche nützliche Infos für uns. Ähm, nix, was jetzt anscheinend wichtig ist. Kann ich hier irgendwas klauen? Kann ich hier die Mama klauen? Dann kann man da nicht hoch. Hier, der kommt hin durch die Schreibmaschine. Ah, hier geht's einfach seitlich weiter, okay. Ich hab's hier, ne? Gern wir doch. Bist du hier? Oh. Okay. Der hat wohl halt dabei sich verschwinden lassen. Aber sollte er nicht eigentlich gegen uns arbeiten? Oder er hat was Schlimmeres vor. Gegen uns. Oder er hat sich anders entschieden und dann hat er gesagt, ich hab keinen Bock mehr für den da oben zu arbeiten. Ich, ich wechsel jetzt. Der andere hat bessere die. Dann kann ich hier nicht rein. Ich wollte jetzt da rein, dann willst du jetzt mit einer Katze ziehen. Ich will in ein anderes Gebäude. Oder in ein anderes Zimmer. Hallo? Are we interrupting? Oh no, Dr. Green here was just leaving. Hallo Jack. Lucius. Hör einfach raus, die Schlüsse. Ja. So John, I'll be back later in the evening. Shall we say... 6 o'clock? Yeah. Yeah, that's fine. See you then. Come on in, Jack. Come on in, Jack. It's nice to see you. Aber diesmal macht uns das gräubliches aus anscheinend. Was da oben an der Ecke hängt. Well, well. Oder vorne nochmals. What do I owe the pleasure of this visit? Well, I was still going through the case of Charles Wagner. Maybe bringing the kid here and talking about the case isn't such a good idea. Yeah, of course. How inconsiderate of me. How are you? Everything okay? I'm good. I'm just trying to get to the bottom of this. Yes, I know. We all do. Charles was a good friend of mine and will be sorely missed. I just can't wrap my head around him doing anything like this. With all due respect, sir. I think, aiming for his job right after he died is something a friend would probably not do. Someone has to continue the work he was doing. It's important for all of us. And quite frankly, I think you are stepping out of line. Ah, police car. I'm sorry if I've offended you. I'll be getting out of your way now, sir. Is okay if I leave the kid here for a second? I have some errors to do and I think you'd find the whole building quite interesting. You don't have to watch him or anything. He'll find his way back to my apartment. He'll have to watch him or something. Are you sure about that, Detective? You can do that, right? 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 It's not a reaction to the child. Yeah, but you're fine. Just for a few minutes then. Thank you, sir. I'll leave the child here. And his whole family is dead. Cut. He's lost his whole family. He's lost his whole family. Then I'll leave it alone. Hmm. The mayor wanted to make an education plan. He wants to make an education plan. He's in the description of the first Reiter. He's also a bumb. I'm wondering if he has a job. He's already here a medal? He's already here a medal? Nicole can't boge schießen. I hunt with a bow too. It's one of the most exhilarating things a man can do. You will learn that one day, son. We used to go hunting with your father back in the day. Ich glaube, das mit dem Vater zusammen jahren ist schwierig. Okay. Der Gegenstand interessiert ihn nicht. Habe ich irgendwas, was ihn interessieren könnte? Ah, so Milch! Okay. Keine Milch für den Bürgermeister. Er isst das. Ich muss sicher gern, dass wir nicht gestört werden. Er hat heute Abend ein Erzlichen und untersuchen auf der Brutus. Ah ja, ich muss das Poster holen und ihm zeigen. Okay, okay. Na Griechen. Aber vorher? Ich muss hier gucken. Oh, ne Wage. Wer hat das mit der Beschreibung? Ich glaube, das ist fürs nächste. Für einen anderen. Kann ich nicht einfach auf den Tisch? Doch. Hahaha, ich bin ein böser Junge, ich stehe auf dem Tisch. Aber hier sind keine andere einsammelnden Gegenstände. Okay. Dann hol ich mal das Poster. Nehmen. Und hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Aber die Bewegungssteuerung ist halt echt zu furchtbar in dem Spiel. Nein, kann ich nicht jetzt eigentlich auch von der Seite? Auf den? Nein, das kann ich nicht öffnen. Ich will, aber... Was ist das denn? Was ist das? Oh, Scheiße. Ich muss ihn anrufen. Hi Louis. Es ist John. Ja. About the appointment we had today. Listen. I'm not going to be able to make it. Yeah. No, I'm not trying to avoid the full physical. It's just that I'm actually starting the campaign trail today. Am Ende hat er was Schlimmes, wenn es passiert ist. Ich muss in Little Rock bei 6, also ich kann nicht wirklich ein physisches mit dir machen, kann ich? Ja. Nein. Ach, das ist aber nur eine Gesundheitsuntersuchung normal. Ich dachte, er wäre krank oder so. Was? Was? Was schulden bei mir? Die Kamera ist aber schon dezent gruselig. Was ist denn los, mein Sohn? Ja, weiß ich noch nicht. alles wunderschön. was habe ich eineGGrale vor Karotka von Tack auf Sky. Bis zum nächsten Mal.